Ihr seid bei reputation.tv, mein Name ist vis-à-vis. Politik ist nicht nur etwas, was hinter geschlossenen Türen im Bundestag passiert. Politik begegnet uns überall. Egal, ob deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie oder du selbst. Irgendwann kommt jeder zwangsläufig mit Politik in Berührung. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und mitzumachen. Deswegen gibt es jetzt auch Reputation. Wir suchen den besten politischen Rapper oder die beste politische Rapperin. Und hier geht es nicht nur um Rap-Skills, sondern vor allem um die politische Message. Reputation ist die erste Online-Rap-Casting-Show in Deutschland und die perfekte Plattform für dich, um dich über Themen auszulassen, die dich bewegen, die dich begeistern, aber vielleicht auch ärgern. Du kannst vor der Reputation-Community deine Stellung beziehen zu politischen Themen. Die zehn besten Rapperinnen oder Rapper schaffen es dann in die Castingshow und werden von einer hochkarätigen Jury bewertet. Habe eine Test-Five-Fahrt und viele wechselnde kompetente Jury-Special-Guests beurteilen deine Leistung. Und wenn du ein bisschen Glück hast, kommst du in die nächste Runde. Und auch eure Stimme ist gefragt. Ihr könnt eure Lieblingsteilnehmer weiter voten in die nächste Runde und auf Reputation.tv abstimmen. Deine Message, dein Mike. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Wir sehen uns auf www.reputation.tv